ein mann haben der uns was dazu erzählt weil es ist einer der behauptet hat er hat keine Vorurteile weil Lebenserfahrungen wären wichtig und ich weiß dass Lebenserfahrungen wichtig sind weil er genauso wie ich Informatiker sind und er hat genau das gleiche gemacht wie ich dass er sich irgendwann mal entschieden hat das Leben als Informatiker mehr oder weniger beiseite zu legen ich habe es zu 100% gemacht er ist kurz davor und er ist Trainer und Berater mit Herz und Verstand und ja er hilft mir auch dabei beziehungsweise wir unterstützen dabei in München und Umgebung also auch eine Selbsthilfegruppe die sich mit dem Thema Depression und Burnout beschäftigt beziehungsweise wir beschäftigen uns mit den Menschen die mit diesen Problemen zu tun haben und das machen wir gemeinsam inzwischen seit ca. 3-4 Jahren und ich denke dass Viktor auch was tolles für uns hat zum Thema Vorurteile stimmt das Viktor? Ja genau vielen Dank lieber Uwe ich hoffe ich bin gut zu hören schöne Grüße aus der Schweiz und danke für diese tolle Einleitung ja sehr spannend das Thema Vorurteile ich glaube ich habe Vorurteile auch selbst als Kind erlebt beziehungsweise immer wieder gesehen weil ich auch viel verreist bin auch auch als Jugendlicher ich hatte auch einen Austauschial gemacht in Deutschland dann war ich zurück ich habe meinen Abschluss mein Gymnasium abgeschlossen in Rumänien nach meinem Austausch und jetzt dann bin ich nach Deutschland gekommen um zu studieren und zwischen diesen Welten war sehr interessant zu beobachten die Wahrnehmung die Wahrnehmung und die Meinungen von dem anderen Land und das ist das tolle an Vorurteilen der Vorteil ist dass wir ganz schnell aufgrund von einer Information aufgrund von das was wir gehört haben oder jemand uns das erzählt hat auch sehr schnell verallgemeinern der Nachteil ist beginnt mit dem Punkt wenn diese Vorurteile uns nicht mehr dienen und das ist so spannend zu beobachten klar ich weiß wenn ich jetzt nach Norden zum Nordpol verreisen sollte ich weiß nicht ich habe es selbst noch nicht geprüft ich war bis über den Nordpol und die Nordlichter auch gesehen aber ich weiß und ich habe auch davor gehört es ist sehr sehr kalt also dieser Vorurteil hilft erstmal eine Orientierung zu geben um zu wissen möchte ich bin ich bereit das zu erfahren oder noch nicht also es hat auch einen Schutz eine Schutzfunktion sehr sehr schnell oder ich weiß oh Gott ich möchte noch nicht irgendwo in ein Land verreisen wo Krieg ist das ist dann ein nicht nur ein Vorteil sondern kann auch wirklich sehr hilfreich sein um mich zu schützen in so einer Situation das ist interessanter ist ab welchem Zeitpunkt beginnt es dann zum Nachteil zu werden und was den Impuls den ich sehr sehr gerne mitgeben möchte ist Thema Reality Check es gibt ein Film auf Marvels heißt Legion beziehungsweise eine Serie und es gibt eine ganz zentrale Szene wo es heißt der Hauptcharakter trifft die andere Dame und ich möchte dann kurz damit sagen dass diese Situation so ist dass ihr sagt Prove me I'm wrong also zeigt mir das dass das meine Wahrnehmung oder nicht ganz 100% richtig ist aber zeigt mir deine Realität und wie Paul Watzlawick auch sagt die Wirklichkeit entsteht wenn zwei Realitäten zusammenprallen und das ist auch wichtig für die Kommunikation auch Annahmen die wir haben auch zu klären das heißt was Martina auch gesagt hat unter dem Aspekt interessant Interesse zeigen und auch die Neugierde behalten versus ich möchte eher eine Bestätigung meiner Annahmen und ich bin gar nicht bereit die zu überprüfen und da ist eben ein Vorurteil sehr zum Nachteil weil ich bleibe dann eingefangen voreingenommen in meinem eigenen eigenen Realität und eigenen Wahrnehmung und das ist so genau was zum Nachteil ist jetzt wird hier ein bisschen aufgeräumt und das ist sind Situationen die uns tatsächlich so zurückhalten und wenn wir uns weiterentwickeln wenn wir so mein Mikro war kurz aus wenn wir uns über uns weiterentwickeln möchten dann ein Aspekt ist Offenheit ich habe auch nachgeschaut was ist ein Gegenteil von Vorurteil und das ist zum Beispiel ein Beweis oder eine Offenbarung die Offenheit die Aufgeschlossenheit oder Objektivität das heißt wir prüfen die selbe Situation aus unterschiedlichen Aspekten und noch einen Impuls was ich geben möchte ist tatsächlich eben diesen Don't Judge a Book by Discover das heißt wir können sehr schnell die Intuition aktivieren dass wir Informationen aus dem Feld visuell auditiv wahrnehmen interpretieren und gleichzeitig sehr wichtig ist die Neugierde zu behalten die Offenheit auch reinzuschauen was in diesem Buch ist vielleicht ist gar nichts da vielleicht finden wir wirklich was was uns tatsächlich sehr viel weiterbringt und ja mit diesem Wort möchte ich auch abschließen das heißt die Realität die Wahrnehmung auch nochmal zu prüfen das heißt es gibt auch in dem ein Konzept von Sensegate das heißt die Sinneswahrnehmung die Sinnesdore dann auch wirklich zu schauen was wir uns vorstellen was wir uns denken auch nochmal für uns prüfen ist es gut ist es hilfreich ist es um Nachteil und wie fühlt es sich tatsächlich an und das ist dann tatsächlich wird zur Wirklichkeit in diesem Sinne viel Spaß viel Freude auf die Entdeckung und Abbau von Vorurteilen um leichter und freier die Wirklichkeit wahrzunehmen Viktor Center Kraftfälle dir stille vielen Dank Viktor Center hit